Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wie ihr unten in der Videobeschreibung oder beziehungsweise im Namen des Videos gesehen habt, geht es um die Devolo Gigabridge. Ihr wundert euch bestimmt, ich bin hier so in der Hocke. Ja, ich möchte euch gleich was richtig Geile zeigen und bevor es zu meinem Fazit gibt, weil Sagen ist immer gut, aber Sehen ist immer noch ein Stück besser. Kurzer Randanmerkung, ihr werdet wieder oben irgendwo Werbung sehen, weil ich habe die Gigabridge gratis bekommen von Devolo, um Videos darüber zu machen, um euch das zu zeigen. Es ist kein Geld geflossen, ich denke mal, ich werde auch P für Product Placement einblenden, weil das, habe ich gelesen, soll wohl sicherer sein, weil das Gerät ja über 100 Euro kostet, aber es ist kein Geld geflossen in irgendeiner Art und Weise, um mich zu kaufen, um meine Meinung zu kaufen oder gut zu bewerten oder schlecht zu bewerten oder irgendwas dergleichen, gar nichts. Ich habe es nur zur Verfügung gestellt bekommen und die haben mir gesagt, würden Sie sich freuen, wenn ich darüber ein Video machen würde. Das mache ich, habe ich ja auch schon gemacht und jetzt möchte ich halt dieses Video dazu machen. Ich möchte euch darauf nur aufmerksam machen, nicht, dass einer sagt, ja, du bist ja gekauft, du hast Geld gekriegt und sagst, das ist gut, obwohl es scheiße ist. Nein, es ist meine persönliche Meinung, nichts anderes. So, jetzt zum Grund, warum ich jetzt hier auf der Hocke bin. Warte, da muss ich erstmal, hier ist meine Playstation, ja, deswegen muss ich die erstmal so ein Stück weg machen. So, hier ist die Gigabridge, die kann ich jetzt auch nicht weiter rausholen, weil ich habe die Kabel dahinter verstaut. Ich werde euch mal ran zoomen, dann könnt ihr das auch so ein bisschen sehen. Ja, so, da ist die Gigabridge und wie ihr seht hier, nirgendwo ist Licht an. Auch hier, so, seht ihr, da ist mein Verteiler, der geht dahinter. Da ist auch kein Strommann, kein gar nichts. So, warum zeige ich euch das? Ja, weil viele gefragt haben, ja, was ist, wenn sie aus ist, braucht die lange zum Anlaufen und so. Ich habe die in der ganzen Zeit, kann ich euch mit Fug und Recht sagen, wartet mal, ich muss mal die Kamera ein bisschen einstellen, ich habe sie in der ganzen Zeit immer über Nacht aus oder mal einen Tag oder zwei Tage, wenn ich nicht da war, aus und dann angemacht. Und das werdet ihr jetzt sehen, ich bin mega, kann ich schon sagen, ich bin mega mäßig begeistert davon. So, ich werde jetzt hier mit meiner Funksteckdose den Strom anmachen, auf A. So, jetzt hat es geklickt, jetzt geht hier unten schon alles an. Hier Fernseh, hier Devolo, ich werde mal ran zoomen, dass ihr das jetzt so ein bisschen seht. Mein Fernseh braucht ein bisschen, den kann ich jetzt noch nicht gleich anmachen. Da leuchtet es, da unten leuchtet es und da seht ihr auch bei Devolo, da blinkt es. So, und dann raus zoomen und den kann ich jetzt mal gründig anmachen. Ja, der braucht immer ein bisschen was. Wenn ich Strom anmache, muss ich warten, bis hier unten die blaue Lampe am gründig blinkt, bis der überhaupt läuft. Fire TV läuft jetzt auch gerade an. So, jetzt bin ich schon im Fire TV, muss ich noch kurz warten. Ich habe nämlich ein Programm dazwischen geschalten, was mir jetzt hier praktisch meine Apps zeigt. Den nennen sie Fire Starter, habe ich ja schon mal erklärt. Jetzt habe ich SD-Karte eingelegt. Jetzt müsste die, nee, noch nicht. Jetzt ist die Fire TV komplett bereit. Die braucht halt ein bisschen, um anzulaufen. Wie ihr seht, jetzt noch war kurzzeitig nichts, jetzt ist alles da. Also eine minimale Verzögerung, manchmal, nicht immer. Und ich kann jetzt hier, was nehmen wir an? YouTube. Ich habe jetzt mal YouTube geöffnet. Ach nee, ich muss erst mal wieder runter gehen. Das ist das Video, so. Ist ja mit dem neuen Menü was anders. Und ihr seht, ladet YouTube. YouTube ladet, zack, bumm, YouTube ist da. Und so ist es die ganze Zeit gewesen. Ich habe da wirklich keine negativen Erfahrungen mit dieser Gigabötsche Macht. Also keine Leitungsabbrüche, kein Schwanken, kein, dass es halt nicht anging, dass ich halt nochmal neu machen musste oder irgendwas dergleichen. Nichts. Am Anfang beim ersten Benutzen braucht die Gigabötsche ein bisschen Zeit. Die funktioniert gleich von Anfang an. Nicht, dass ihr denkt, die funktioniert nicht gleich. Doch, die funktioniert von Anfang an. Aber, wie erklärt ihr das am besten? Die Fire TV, ach Fire TV, Fritzbox, Fritzbox. Viele, die eine Fritzbox haben, wissen, was ich meine. Man hat ja verschiedene Kanäle. 2,5 Gigahertz und 5 Gigahertz. Die Devolo sendet im 5 Gigahertz Bereich. Und bei Fritzbox kann man ja sehen, diese ganzen Frequenzen im 5 Gigahertz Bereich und wo die Störquellen sind. Und dann, die Fritzbox ist automatisch ausgelegt auf automatisch, dass er automatisch eine Quelle, also eine Frequenz sucht. Und da ist manchmal, also meistens eigentlich nicht so viel Störung. Manchmal wählt die Fritzbox aber die falsche Quelle. Will ich gar nicht abstreiten. Und so müsst ihr euch das in etwa bei der Gigahertz vorstellen. Die synchronisieren sich gegenseitig und die Kanäle werden dann zwischendurch auch mal gewechselt, bis die Gigahertz feststellt, hier sind am wenigsten Störquellen, hier pegeln wir uns ein. Und dann sucht die halt mit einer Frequenz, wo am wenigsten Störquellen sind und wo am besten die Übertragung gewährleistet ist. Und das funktioniert wirklich erste Sahne. Ich hatte auch am Anfang gesagt, in meinen ersten Videos, ich habe das Fire TV auf dem großen Port mit einem Gigabyte Datenvolumen gemacht. Wurde eines Besseren belehrt. Mir wurde gesagt, es reicht 100 MB. Selbst da kann man 4K-Filme gucken. Habe ich getestet. Funktioniert wirklich. Dann habe ich gedacht, weil viele auch gefragt haben wegen Störquellen oder so, musst du mal testen, irgendwie Störquellen. Musst irgendwie Störquellen haben. Dass man mal guckt, ob da irgendwie was sich beißt und ob die dann irgendwie Verbindungsabbrüche hat. Das wird jetzt ein bisschen lang mit dem Sagen, was ich jetzt angemacht habe. Ich habe hier im Wohnzimmer zweimal ein Devolo DLAN. Also das, was ihr gerade gesehen habt hier, das ist DLAN, das Internet über Steckdose. Da kann ich auch WLAN anmachen. Da habe ich zwei Stück, habe ich angemacht. Dann habe ich den Laptop über WLAN angemacht. Ich habe das, was hatte ich noch, den Fernseher über WLAN, die Playstation über WLAN, den Router, ach Quatsch, den Receiver über WLAN, den Fire TV Stick sowieso über WLAN, die Fire TV Box im Schlafzimmer, was hier hinter ist, da über WLAN, den Fernseher per WLAN, den Receiver da auch per WLAN. Und ja, dann halt noch Tablet, mein Handy, Frauchens Handy und den 3DS meiner Tochter, auch über WLAN. Habe gedacht, das sind jetzt natürlich extrem viele und dann kommen ja noch die Nachbarn. Ich habe ja, warte mal, da ist ein Router, da ist ein Router und unter mir ist ein Router. Oben, die über mir hat, glaube ich, kein Router. Aber es werden mir halt in der Fritzbox vier oder fünf Router angezeigt und drei mit einer guten Quelle und zwei mit halt schwächer. So müsst ihr euch das vorstellen mit den ganzen Funksignalen hier. Extrem viel. Ich habe es getestet und ich habe trotzdem keinerlei Abbrüche gehabt. Ich habe ein Top-Signal gehabt. Ich konnte einen 4K-Film gucken. Alles super funktioniert. Dann habe ich gedacht, vielleicht müssen wir mal mehr machen. Vielleicht müssen wir mehr Zugriffsquellen haben. Nicht nur Signale, mehr Zugriffsquellen haben, um mal Router und Gigabridge zu testen. Wenn der Router wirklich unter Volllast läuft und die ganze Leitung unter Volllast läuft hier, vielleicht läuft es ja ein bisschen anders. Was habe ich gemacht? Ich habe im Schlafzimmer die Playstation 3 angemacht. Ich habe dort Amazon Fire TV gestartet mit irgendeinem Film. Habe die Fire TV Box gestartet mit einem Film. Habe mein Handy angemacht, im Schlafzimmer liegen lassen mit Spotify mit Musik gelaufen lassen. So, bei meiner Tochter den Fire TV Stick mit einem Film. Den DS, da habe ich dann mir ein paar Demos ausgewählt und habe ein paar Demos aus dem, wie heißt das, Nintendo eShop oder so heißt es. Ich glaube, Nintendo eShop. Die runterladen lassen. Ich habe mit dem Laptop Netflix angemacht, einen Film und gleichzeitig YouTube ein Video hochladen. Da habe ich ein älteres Video, was ich schon hochgeladen hatte, habe ich dann halt nochmal hochgeladen unter einem anderen Namen. Und habe das dann halt wieder rausgelöscht, weil ich brauche das Video nicht doppelt. So, dann habe ich die Playstation 4 mit 4K Netflix angemacht, hier im Wohnzimmer. Dann habe ich, die habe ich einmal getestet mit über DLAN und einmal habe ich die auch über die Gigabridge getestet. Also mit Kabel an der Gigabridge und einmal über WLAN. Ja, also die Ergebnisse waren gleich. Aber will ich nur sagen, dass ich diese drei Varianten auch getestet habe. Dann Fire TV angemacht mit einem 4K Film. Was hatte ich denn da angemacht? Global Luke Cage oder so. Über Netflix. Dann den Fernseher. Ich habe hier unten, seht ihr das? Die Netflix-Taste. Und weil es ja ein 4K Fernseher ist, kann ich auch über, habe ich auch Netflix 4K laufen lassen. Den Receiver, da habe ich eine YouTube App drauf. Habe ich den Receiver mit einer YouTube App laufen lassen, mit Filmen gucken. Und Tablet habe ich auch, glaube ich, Musik angemacht. Und Schatzi hat an ihrem Handy, glaube ich, auch ein Video über YouTube geguckt. Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Die hat jedenfalls auch was gemacht. Ja, das war es. Mehr Geräte habe ich hier auch leider nicht, die ich anschließen können oder hätte anschließen können. Und das hat super funktioniert. Ich hatte nirgendwo Abbrüche, auch nicht mit der Gigabridge. Jetzt habe ich gedacht, ich musste die Gigabridge mal ein bisschen fordern. Ein bisschen fordern. Habe alles so angelassen. Habe die Playstation, Fire TV, Fernseher und Receiver über die Gigabridge angeschlossen. Weil vorher hatte ich das dann alles im WLAN-Bereich. Und außer Fire TV hatte ich die ganze Zeit da dran. Und das habe ich halt auf dem normalen Port und auf dem Gigaport getestet. Und hat alles super funktioniert. Dann habe ich jetzt vier Geräte da angeschlossen. Das sind die einzigen vier Geräte, die ich jetzt hier habe, die ich da anschließen hätte können. Und habe da auch getestet, dass ich das Fire TV mal auf dem Gigaport und mal auf den 100-Mbit-Port angemacht habe. Also einfach nur die Kabel getauscht und 4K-Filme angemacht. Hat alle, beide funktioniert. Alle anderen Quellen hatte ich immer noch an. Mit Downloads, Uploads, irgendwas dergleichen. Die Gigabridge hat irgendwie nicht aus der Ruhe gebracht. Die ist gelaufen, ist geschnuckelt, eimernfrei. Kann ich echt nicht, kann ich mir echt nicht beschweren. Ist wirklich super gelaufen. Und wie gesagt, ich habe es auch getestet unter Hochlast und im Normalbereich den Fire TV auf einer 100-Mbit- und auf einer 1000-Mbit-Leitung. Also praktisch hier die Funkquellen. Da ist ja ein Gigaport da dran und 400-Mbit-Ports, um genau zu sein. Deswegen, es hat auf beiden Ports super funktioniert. Keine Abbrüche, kein gar nichts. Ich bin wirklich megamäßig zufrieden. Ihr habt ihr sehen, Strom an und es ist da. Es kann höchstens, einmal oder zweimal war es, wenn ich wirklich einen Tag oder zwei Tage aus hatte, dass ich so halbe Minute Verzögerung hatte. Dass ich jetzt zum Beispiel alles angemacht habe. Ich habe einen Fernseher angemacht und dann habe ich eine halbe Minute warten müssen, bis Gigabridge alles eingepegelt hat und dann hatte ich mit dem Fire TV Internet. Aber ich denke mal eine halbe Minute, man macht ja sowieso an Strom fertig. Und dann, ehe man sitzt, ehe man alles, geht sowieso mal locker eine Minute, zwei Minuten rum. Und da ist eine halbe Minute Wartezeit, ist doch nichts, meiner Meinung nach. Dafür, dass man Strom spart, weil es nur ein Gerät an und wenn es dann aus ist, weil ich mache es ja aus, also man kann es doch natürlich die ganze Zeit laufen lassen, dann hat man keine Abbrüche, also keine Wartezeit, wenn man Fernseher anmacht. Aber da ich ja alles über Energiespardosen habe, habe ich halt das. Man hat eine Funkfrequenz, also einmal 5 Gigahertz, was hierher gestrahlt wird und keine 20 Kabel für die ganzen Geräte, irgendwas dergleichen. Man braucht keine Kabel verlegen, nichts. Einfach nur rinnen in die Steckdose, hinten am Fernseher irgendwo versteckt. Seht ihr ja, ich habe es hier hinten bei der Playstation gehabt. Ich kann mich nicht beschweren. Ich bin rundum zufrieden, bin, also ich finde das Ding echt erste Sahne. Ich werde das auch dran lassen, definitiv werde ich es dran lassen. Ich mache das wieder gleich hinter, mache die Playstation wieder weiter vorne und ja, ich kann da echt nichts Negatives sagen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, einfach in die Kommentare da unten posten. Wenn ihr das schon habt und Fragen habt, wie man das vielleicht ein bisschen optimieren kann oder wenn ihr irgendwelche Probleme habt oder sagt, bei mir ist das so und so, ist das bei dir auch? Einfach unten in die Kommentare posten. Ich werde euch so schnell wie möglich antworten. Ich werde jetzt hier irgendwo noch einen Abonnier-Button einblenden. Wenn es euch gefallen hat, natürlich einen Daumen oben machen, wäre nicht schlecht. Irgendwo werdet ihr noch ein Abonnier-Button sein und dann werde ich hier auch irgendwo noch drei Videos verstreuen, die vielleicht interessant für euch sind. Dann würde ich sagen, dann wartet für heute. Wie gesagt, Fragen einfach nach unten posten. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi. Sagt euer Odin.